Hallo und herzlich willkommen zum LS17. Wir spekulieren heute mal ein wenig über den LS19. Und zwar hatte Giants in Frankreich auf dem What's Next Event einen Stand, wo nämlich auch Plastiktiere standen und im Hintergrund stand da ein Pferd. Ihr denkt euch jetzt, ja, juckt viel, ne? Ja, würde ich auch sagen. Aber damals im LS17 hatten sie da auch einen Stand und da standen damals Schweine. Und wie wir jetzt wissen, im LS17 haben wir jetzt als neue Tierart Schweine. Und das mit dem Pferd im Hintergrund, das könnte bedeuten, dass wir demnächst im LS19 wirklich als neue Tierart Pferde bekommen. Dass wir wirklich einen Pferdebetrieb betreiben können. Und das wäre natürlich auch wirklich richtig cool. Ja, das würde mich nämlich auch freuen, bis es ein nettes Feature bestimmt. Also, was denkt ihr denn? Könnte das stimmen oder könnte das nicht stimmen? Schreibt es einfach mal in den Kommentaren. Und dazu muss ich jetzt noch sagen, ein paar Infos dazu habe ich von den lieben CurryLP. Link nochmal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr nämlich auch gerne vorbeischauen. Und wenn dir das Video geschmeckt hat, dann würde ich mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben lässt. Und bis wir zu uns aber auch wiedersehen. Wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.